Spitzenvertreter der EU und NATO haben der Ukraine zu ihrem 32. Unabhängigkeitstag gratuliert. Gegen Russland haben sie weitere Unterstützung zugesagt. Spitzenvertreter der NATO und der EU haben der Ukraine zu deren 32. Unabhängigkeitstag Stärke und Erfolg für den Abwehrkampf gegen Russland gewünscht und weitere Unterstützung zugesagt. Sie können darauf zählen, dass wir ihnen so lange zur Seite stehen, wie es nötig ist, sagte der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircha Geoana am Donnerstag in einer Grußbotschaft an die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine. Nationalfeiertag in der Ukraine, NATO und EU-Vertreter sichern Unterstützung zu. Er freue sich auf die Zeit, in der am Nationalfeiertag auch der Sieg über die aktuelle russische Aggression gefeiert werde. Russland-Präsident Wladimir Putin werde der Ukraine ihre Unabhängigkeit nicht widernehmen können. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würdigte die Ukrainer als beispielgebend. Mit ihrem Mut, ihrer Kraft und ihrer dauerhaften Hoffnung auf eine Zukunft des Friedens und des Wohlstands in einem vereinten Europa seien sie eine Inspiration für alle Europäer, sagte sie in einer Videobotschaft. Man werde für die Freiheit der Ukraine so lange wie nötig an der Seite der Ukrainer stehen. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, die Ukraine sei Mitglied der europäischen Familie und ihre Zukunft liege in der EU. Unabhängigkeitstag erinnert an Unabhängigkeitserklärung von der Sowjetunion. Der Unabhängigkeitstag der Ukraine erinnert an die am 24. August 1991 vom obersten Sowjet der ukrainischen Sowjetrepublik verabschiedete Unabhängigkeitserklärung von der Sowjetunion. Die Ukraine wehrt seit genau 18 Monaten mit westlicher Hilfe eine russische Invasion ab.